Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir und heute geht es um ein Thema, das ich öfter angesprochen habe, im kleinen Maße, aber noch nie so ausführlich, wie ich es heute tun möchte. Es geht um das Thema Haut. Jeder von uns hat sie. Die einen haben eine sehr schöne Haut, ohne Narben, ohne sonst was und andere, zu denen auch ich zähle, haben zum Beispiel Narben oder Dehnungsstreifen und ich habe Dehnungsstreifen mittlerweile seit über sieben Jahren, also seit meiner ersten Schwangerschaft mit mir, habe ich sehr, sehr viele Dehnungsstreifen an meinem Bauch bekommen. Ich glaube, das liegt viel daran, dass ich damals erstens sehr, sehr jung und sehr, sehr schlank war und meine Haut vielleicht einfach mit diesem schnellen Bauchwachstum nicht so zurechtgekommen ist. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch viele andere Gründe, warum das so sein könnte und heute möchte ich euch mal zeigen, was ich versuchen werde, dagegen zu tun. Ich habe mir nämlich einen Dermaroller gekauft und wir werden den heute mal zusammen ausprobieren. Das Thema Haut ist eines, das ich persönlich für mich für sehr, sehr wichtig halte. Die Haut ist das größte Organ, das wir haben und das größte Organ eines Körpers und für mich war meine Haut schon immer unfassbar wichtig. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf Hautpflege legt. Also egal ob im Gesicht, ich gehe zum Beispiel nie geschminkt ins Bett, ich pflege meine Haut sehr gerne, ich mache Peelings, ich war auch schon bei einer Behandlung bei der Kosmetikerin. Also ich mache einfach sehr, sehr gerne viele Dinge für meine Haut. Allerdings war ich bei meinem Körper die letzten Jahre da immer so ein bisschen nachlässig, weil er halt nicht mehr so aussieht wie noch vor zehn Jahren. Also ich bin vor acht Jahren das erste Mal schwanger geworden mit meiner Tochter, die ist jetzt siebeneinhalb. Also seit der Schwangerschaft von mir hat sich meine Haut komplett verändert. Zum einen natürlich ganz normal, wenn man erwachsen wird, verändert sich die Haut. Man bekommt vielleicht ein paar Hautunreinheiten in der Jugend oder Pickelnarben, Aknenarben, Fältchen, da kommt einiges dazu. Aber bei mir die größte Veränderung war definitiv, dass ich sehr, sehr starke, sehr tiefe Schwangerschaftsstreifen bekommen habe. Ich habe das auch schon vor einigen Jahren, also als ich mit YouTube angefangen habe, mal hier thematisiert, dass ich niemand bin, der sich dafür schämt. Finde ich auch, sollte man nicht. Das ist was ganz Natürliches, was sehr, sehr viele Frauen, auch Männer haben. Also selbst mein Mann, der David, hat Wachstumsdehnungsstreifen am Rücken. Das ist nichts, was unnatürlich oder hässlich ist. Also ich habe mich nie dafür geschämt. Allerdings bin ich einfach der Meinung, dass man dennoch etwas tun kann, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken oder wenn dann die Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen schon da sind, einfach versuchen kann, Dinge zu machen, damit die Haut sich vielleicht einfach ein bisschen regeneriert, nochmal erholen kann, vielleicht nochmal ein bisschen straffer wird. Und genau an dem Punkt bin ich jetzt. Also ich habe die letzten Jahre, wie ihr mitbekommen habt, immer sehr viel mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt. Also es ging immer auf und ab, eine zweite Schwangerschaft, Gewicht wieder hoch, dann habe ich abgenommen. Dann kam letztes Jahr eine super stressige Phase in meinem Leben. Und ich habe einfach nochmal sehr viel an Gewicht zugelegt. Jetzt bin ich aktuell auf einem super Weg. Also ich bin inzwischen bei fast minus 10 Kilo, die ich abgenommen habe. Und es macht sich natürlich vor allen Dingen am Bauch bemerkbar. Also meine Haut wird wieder lockerer, laberiger, die Dehnungsstreifen, die Haut, das hängt einfach alles. Und ich habe auch von euch sehr, sehr häufig den Tipp bekommen, mich mal mit dem Thema Microneedling oder mit einem Dermaroller auseinanderzusetzen. Und das habe ich getan. Ich habe mich informiert, ich habe viel dazu gelesen. Ich habe Kontakt gehabt mit einer Kosmetikerin und auch mit einer Dame, die mit einem Dermaroller arbeitet. Und habe mich einfach mal ein bisschen informiert. Und ich finde das ganze Thema mega spannend. Deswegen möchte ich euch einfach ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Also ich werde ab sofort quasi ein kleines neues Format hier machen, wo ich in regelmäßigen Abständen den Fortschritt meiner Haut zeige, wenn ich sie eben mit einem Dermaroller selbst zu Hause behandle. Ich betone das deswegen so, weil das Ganze natürlich was ist, wo man wirklich gut aufpassen muss. Man kann mit Sicherheit sehr viel falsch machen und sollte sich auf jeden Fall gut informieren, beraten lassen. Und ganz wichtig, wenn man das benutzt, also wenn man so eine Dermaroller zu Hause benutzt, ist Hygiene ein absolutes Muss. Also das sind kleine, mikrofeine Verletzungen der Haut. Und da muss man natürlich auch einfach hygienisch arbeiten mit Desinfektion. Dann gibt es so ein Gel oder eine Flüssigkeit für das Gerät. Also da muss man einfach vorsichtig sein. Ich sage das jetzt direkt vorweg, bevor wir es überhaupt ausprobieren. Ich habe mich da sehr, sehr gut informiert. Ich habe alles dazu gekauft. Ich habe alles zu Hause und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate da mit meiner Haut passieren wird. Bevor ich euch jetzt den aktuellen Ist-Zustand zeige und wir das einmal zusammen ausprobieren, eine kleine Recap meiner letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, Bauch. Denn ich habe euch ein paar Bilder rausgesucht. Das interessiert euch mit Sicherheit, wie mein Bauch ausgesehen hat. Wir fangen einfach mal an. Bevor ich Kinder hatte, war mein Bauch straff, flach, sehr, sehr schön. Ich war sehr durchtrainiert. Ich habe ja Sport- und Fitnesskauf auch gelernt und zu der Zeit auch in dem Beruf gearbeitet. Also bis ich mit mir schwanger geworden bin. Heißt, ich war einfach durchtrainiert. Meine Haut war immer schön. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit Hautunreinheiten oder irgendwelchen Streifen, Dellen, irgendwas. Eine sehr schöne, junge, gesunde Haut hatte ich. Und dann kam meine erste Schwangerschaft. Und ich war damals tatsächlich der festen Überzeugung, dass ich niemals Dehnungsstreifen bekomme. Bei mir in der Familie hat das keiner so richtig. Also meine Mama hat ganz feine Streifen, ganz unten am Bauch, aber die sind kaum sichtbar. Also die hat da nie Probleme gehabt. Und auch sonst in meiner Familie Omas Tanten hat keiner Streifen bekommen. Und ich dachte, ich bin mit einer genauso guten Haut gesegnet. Hat sich dann natürlich etwas anders rausgestellt, wie ihr inzwischen wisst. Ich habe tatsächlich sehr viele bekommen. Angefangen hat es, glaube ich, in der 33. oder 31. Ich weiß es nicht mehr sicher. Ist schon so lang her. Schwangerschaftswoche, dass sich die ersten Streifen gezeigt haben. Dann dachte ich noch so, ja, mein Gott, es gehört halt dazu. So ein paar Streifen unten am Bauch. Aber die sind zum Ende der Schwangerschaft hin halt immer breiter. Und vor allen Dingen, wie sich danach herausgestellt hat, halt auch sehr tief gerissen. Es waren halt viele, also bis zum Bauchnabel hoch. Und in den letzten Wochen der Schwangerschaft, also ich glaube so ab Schwangerschaftswoche 37, bin ich tatsächlich bis zu den Waden gerissen. Also am Bauch bis zur Hälfte zum Bauchnabel hoch. Und dann ist es nach unten gesackt. Mein Bauch ist sehr, sehr tief gerutscht in der Schwangerschaft mit mir. Also ich hatte damals auch eine sogenannte Symphysenlockerung, weil ich so tief getragen habe. Und dann sind die ganzen, also das ganze Gewicht ging nach unten. Und mir sind die Dehnungsstreifen an den Oberschenkelinnenseiten nach unten gelaufen, bis zu den Waden. Das habe ich auch heute noch. Die sind natürlich inzwischen verblasst. Das ist alles für mich absolut gar kein Problem. Das Einzige, was halt jetzt noch so ein kleines Überbleibsel ist, wo ich einfach versuchen möchte, was zu tun, ist der Bauch. Denn nicht nur, dass da Streifen sind, sondern die Haut ist einfach sehr, sehr locker und lose, weil das natürlich ein Überschuss ist. Ich meine, wenn das Bindegewebe reißt und so ein Dehnungsstreifen entsteht, müsst ihr euch vorstellen, bei jedem Riss, der da entsteht, entsteht ja auch ein kleines Stückchen mehr Haut. Also die Haut reißt auseinander und dann habt ihr am Schluss quasi eine größere Fläche. Und so ist es halt auch bei mir. Besonders jetzt, wo ich eben noch drauf und dran bin, ein bisschen Gewicht zu verlieren, möchte ich gleichzeitig einfach die Haut ein bisschen dahingehend anregen, sich vielleicht nochmal mit dazu zu entscheiden, auch ein bisschen zurückzubilden. Und das werden wir versuchen. Ich bin bei dem Thema sogar relativ guter Dinge, denn als ich die Fotos für euch rausgesucht habe, ist mir nochmal bewusst geworden, dass meine Haut nach der Schwangerschaft, also ich habe Mia zur Welt gebracht und ungefähr ein Jahr später habe ich viel Sport gemacht, sehr auf meine Ernährung geachtet. Das war 2014. Da habe ich einfach versucht, wieder ein bisschen mehr für mich zu tun. Und ich habe auch ein Foto davon gefunden, wie mein Bauch da ausgesehen hat. Und meine Haut hängt da gar nicht wirklich. Also man sieht am Unterbauch so eine kleine Falte, die habe ich auch heute. Aber ich glaube tatsächlich, selbst wenn jetzt noch eine Schwangerschaft dazwischen liegt, dass man vielleicht sogar zu diesem Zustand zurückkommen könnte. Ich habe natürlich keine Erfahrung, weil ich es in den letzten sieben Jahren nie probiert habe. Aber vielleicht hat einer von euch die Erfahrung gemacht, dass der Bauch auch so ausgesehen hat und er trotzdem wieder sich zurückgebildet hat. Das ist natürlich jetzt mein großes Ziel. Einfach so gut wie möglich an den Ist-Zustand von früher zurückzukommen. Einfach um zu gucken, wie viel von der Haut sich dann wirklich zurückbilden kann, wenn man das möchte. Dafür ist natürlich nicht nur wichtig, dass ich von außen etwas mache, wie ich es euch jetzt gleich zeigen werde, sondern ich werde weiterhin gut auf meine Ernährung achten und natürlich auch viel Sport machen. Es ist ganz wichtig, dass die Muskulatur die Haut mit unterstützt. Das ist was, was super lange braucht. Also Haut oder Sehnen, Bänder, Bindegewebe wieder auf den Normalzustand zurückzuführen, dauert unwahrscheinlich lang. Also es dauert viel länger als normaler Muskelaufbau. Aber ich glaube, wenn man einfach regelmäßig dran bleibt und das einfach so in seinem Leben integriert, dass man regelmäßig sich bewegt, dass man von außen was Gutes für die Haut tut und natürlich auch seinem Körper die richtigen Nährstoffe zuführt, ist man damit gut aufgestellt und ich hoffe, dass es funktionieren wird. Jetzt kommen wir mal zu diesem kleinen Zauberding hier. Ich packe das jetzt mal für euch aus und zeige euch das. Ich werde das natürlich nochmal desinfizieren, bevor ich es nachher benutze. Das hier ist jetzt ein Dermaroller mit 1,5 mm langen Nadeln. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist schon ein sehr, sehr tiefer Dermaroller, also Nadeln, die sehr, sehr tief in die Haut eindringen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, damit anzufangen, denn, wie ich ja schon erwähnt habe, sind meine Streifen sehr tief, sehr breit und je länger die Nadeln am Dermaroller sind, desto tiefer dringen die natürlich ins Gewebe ein und heilen dann von innen heraus die Haut wieder. Durch diese kleine Verletzung der Haut wird die Durchblutung der Haut natürlich angeregt und der Zellstoffwechsel wird angeregt und einfach die Haut quasi von innen nach außen hin neu aufgebaut. So ist die Theorie, ob es funktioniert, weiß ich selber noch nicht, weil ich es nicht ausprobiert habe, aber das ist das, was ich jetzt an Erfahrung bringen konnte. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant und sehr plausibel, denn das sind natürlich Verletzungen, also diese Dehnungsstreifen sind Verletzungen der Hautschichten und wenn man quasi, irgendwie ist es ein bisschen komisch, mit kleinen Verletzungen die Haut dazu bringt, sich selbst nochmal neu aufzubauen, kann es natürlich sein, dass diese Dehnungsstreifen zumindest leichter werden und das ist ja das Ziel. Dann ist es natürlich so, wenn man jetzt hier zum Beispiel wie ich diesen 1,5 Millimeter Dermaroller hat, dauert das Ganze länger wieder sich zu regenerieren. Also ich habe jetzt gelesen und so werde ich es auch machen, dass man bei einer Stärke von 1,5 Millimeter nur ungefähr alle vier Wochen behandeln soll. Klar, logisch, denn ich meine, wenn eine Verletzung tiefer in die Haut eindringt, braucht sie auch länger, um von innen nach außen wieder zu heilen. Es gibt verschiedene Stärken der Dermaroller oder Längen der Nadeln für verschiedene Bedürfnisse. Es gibt auch Dermaroller fürs Gesicht zum Beispiel, die Kosmetiker benutzen. Die haben natürlich eine viel kleinere Millimeter Anzahl, weil im Gesicht soll man nicht so tief verletzt werden. Zum Beispiel bei kleineren Aknenarben, glaube ich, wird 0,5 Millimeter maximal benutzt. Man kann auch den Bauchdehnungsstreifen ab 0,5 Millimeter behandeln. Ich glaube, das ist dann was, wo ich vielleicht später darauf umsteigen würde. Also ich werde jetzt mal mit dem anfangen, schauen, wie gut sich das entwickelt und wenn die Streifen dann quasi schon ein bisschen nach außen gekommen sind oder die Haut sich nach außen wieder ein bisschen aufgebaut hat, einfach für die Feinheiten immer die Millimeterstärke reduzieren. So ist jetzt zumindest mal mein Plan. Dann, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, ist wirklich unwahrscheinlich wichtig, ich mache das jetzt hier nicht, um euch davon zu überzeugen, das auch unbedingt auszuprobieren. Bitte, bitte beratet euch. Also lasst euch ordentlich beraten. Wie gesagt, ich habe Fotos an Kosmetikerinnen geschickt. Ich habe mich da wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich beraten lassen. Ich habe nur die Sachen gekauft, die mir empfohlen wurden und mir das auch zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert. Also ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ihr da Interesse daran habt, geht vielleicht einfach mal zur Kosmetikerin eures Vertrauens oder zum Hautarzt und fragt danach, ob die die Behandlung vielleicht sogar machen. Das gibt es nämlich auch. Also es gibt ganz tolle Studios und Institute, die diese Behandlungen machen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das zu Hause mache und sage euch danach nochmal Bescheid, wie es sich angefühlt hat. Bis zum nächsten Mal. Okay, also. Also, wir haben die Behandlung fertig. Meine Eindrücke. Zum einen ist es ein komisches Gefühl, sich selber Schmerz zuzufügen. Das tut nicht unwahrscheinlich weh, aber es ist halt schon so, dass man diese kleinen Nadelpünktchen merkt. Ich meine, klar, es soll ja auch eine kleine Verletzung der Haut stattfinden. Also das ist im ersten Moment seltsam zu wissen, man tut was, wo man der Haut quasi schadet. Naja, Schaden ist es nicht, aber man tut etwas, was der Haut weh tut. Das ist ein seltsames Gefühl. Jetzt im Nachhinein merke ich, dass es warm ist, also das, was passiert. Ich habe jetzt aber auch kein Problem damit gehabt, mein Oberteil irgendwie drauf zu machen. Also es fühlt sich jetzt nicht wie eine Wunde an. Es ist nicht wund. Man spürt halt nur quasi das, was gemacht wurde. Es tut sehr gut, dass man danach mit einem Serum oder so nochmal die Haut einschmiert, was ganz wichtig ist. Also binnen 30 Minuten nach der Microneedling-Behandlung oder nach dem Dermaroller, mit dem man da drüber gegangen ist, sollte man ein steriles Serum benutzen. Ich habe jetzt ein Hyaluron-Serum benutzt, weil man dem halt sehr, sehr gute Wirkung nachsagt. Und das tut sehr gut. Also das fühlt sich gut an. Das brennt auch nicht. Also ich habe jetzt am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich das mache und dann was draufschmiere, dass es brennt. Hat es aber gar nicht. Also eher das Gegenteil. Es kühlt eher und tut gut. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ob da sich jetzt irgendwie eine Kruste oder was bildet. Da muss ich euch dann einfach beim nächsten Mal nochmal Bescheid sagen. Und ich werde euch dann natürlich auch immer Vorher-Nachher-Bilder zeigen und euch zeigen, was so passiert ist in den ersten vier Wochen. Und dann hoffe ich sehr, dass wir bald Fortschritte sehen werden. Mich würde wahnsinnig interessieren, ob jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht hat im Allgemeinen. Also vielleicht hat ja jemand von euch auch eine Microneedling-Behandlung im Gesicht machen lassen bei Aknenarben oder vielleicht sogar schon bei Dehnungsstreifen. Dann bitte, bitte unbedingt eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben. Es würde mich riesig interessieren. Wenn Kosmetikerinnen unter euch sind, gerne auch Tipps da lassen, falls jemand sich irgendwo hinwenden möchte und informieren möchte. Da bin ich immer sehr dankbar dafür. Und ja, ich werde auf jeden Fall in Kontakt bleiben mit meiner Kosmetikerin und der auch immer alles zeigen und sagen und einfach so ein bisschen Rückmeldung von ihr zu bekommen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann beim nächsten Update hier wieder sehen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das dürft ihr gerne machen. Ist kostenlos, dann verpasst ihr keins meiner Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.